Nein! Doch! Ich hab's erwischt. Hervorragend. So. Wenn wir aber richtig Punkte holen wenigstens, dann bin ich ja doch load. Den Shit hier. Und... So, dann haben wir schon mal fertig. Ist so wunderbar. Nein! Okay, haben wir noch gelandet irgendwie. und da eigentlich müsste eigentlich noch schon reichen keine flip sagt das war krankes call auffällig haben sie noch mal die ball aufspringen Wo ist denn hier die Bowl überhaupt? Ähm. Ich habe keine Ahnung, wie groß das Leben ist, um es zu sein. Ähm, ähm, äh. Ah, was juckt in meinem Bauch schon wieder? Was ist mit meinem Bauch los? Hui! Okay, da ist die Bowl jetzt nicht drin. Ah, guck mal. Auch nicht schlecht. Ich hätte so, da soll ich Wallplanes gegen machen. Höchstwahrscheinlich. Und Liptrick an der Tasse. Liptrick war es, ne? Und... Festhalten! Nein! Das war ziemlich schlecht. Muss ich leider sagen. Aber gut, da habe ich halt auch keine Skills einfach für, ne? Die Stets da sind echt lachhaft, die ich habe. Oh, Gott. Höh! Muss ich leider echt so machen, ne? Oh, cool. Gibt es wenigstens einen Gap? Pfff! Ne, gibt es nicht. Das ist traurig. Wo ist denn der Holzverschlag? Ich suche gerade nur, wo ich, äh... die Bowl rein... oder kaputt machen kann. Freischlagen. Äh, Liptrick an der Tasse. Highscore. War auch interessant, dass die Profiscore schon hatte. Die Highscore aber nicht, ne? Wie kann das sein? Oh, Gefängnisscore. Skate, Disc, Mobilklost. Spreng die Bowl auf. Ja, aber okay. Ich habe ein Loch in meinem T-Shirt. Oh nein, nicht da, wo der Bauch juckt, aber am Bauch. Da in der Mitte ist das. Ah, okay. Ich schätze mal, es wird relativ easy sein. Tipp ich zumindest. Mal einmal den hier machen. Hehehe. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, um ehrlich zu sein. Achso. Ich bin eigentlich echt davon ausgegangen, dass ich einfach nur da irgendwie so'n, so'n, so'n S-Dub reinmachen muss. Äh, wärst du mal so freundlich und könnte es einmal... Pfff. Ist das tatsächlich? Das verstehe ich jetzt nicht. Was ist das denn? Hm. Das muss ich jetzt viermal machen, oder was? Ich schätze mal nicht, dass er so... ...gedacht ist, aber... ...macht ja nix. Hehehehe. So schlecht ist. So schlecht ist. Also ehrlich, mit dem Grindel kann ich hier einfach jetzt langgrinden? Also von Idee her ist es schon richtig, aber ich hab die Unterstunde nicht so ganz gepeilt, offensichtlich. So, okay. Zwei sind jetzt offen. Drei fehlen noch. Oh, drei sind offen und zwei fehlen noch. Okay. Ähäääää! Hä? Was bitte? Hey, ist aber für ein Gerücht. Pommes! So, zwei noch. Und einen noch. Den schaff ich nicht, bitte. Haha, das war so klar. Ich hab ja noch genug Zeit, nicht. Ach, komm! Humbug ist das. Ich glaub's nicht. Ich schaff's wirklich nicht. Ja, super. Super! Man, so ein Scheiß. Da komm, warum ist das schnell genug? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Scheiße hier, echt, ey. Zack! Und... Paff! Hufflepuff. Bitte? Der war so super gerade. Oh, cool. Wie auch immer. Geil, aber wie das funktioniert hat, aber es hat funktioniert. Ich glaub, der letzte, der ist ein bisschen störischer. Daneben! Ich glaub's nicht. Ah, nee! Die Kamera ist aber auch so scheiße dafür. Das wird doch wieder nix, ey. Das wird doch wieder nix. Okay, ich hab's geschafft. Also noch nicht ganz, aber gleich. Vielleicht. Jetzt hab ich ein bisschen mehr Zeit als gerade. Ja! So! Neversoft-Auge drin, hab ich gesehen. Okay. Ähm. Was war da jetzt nochmal, das, was ich noch so interessant fand, ne? Ich wollt' auf jeden Fall wissen. Ja, das wollt' ich eigentlich nicht wissen. Aber auf jeden Fall wissen, wie ich zu dem hinten Tape gelange. Wie viel, viel greinend. Greinend, greinend. Ah, mit dem Wall, weil das sieht ganz gut aus, glaub ich, oder? Nein! Ne, ich fühl mich noch nicht da oben. Äh, das ist aber, glaub ich, ganz weit oben gewesen. So, zack. Ich mach, ich mach jetzt, glaub ich, erst mal die anderen beiden Sachen. So, jetzt mal kurz gucken. Wo, wo, womit beginnt das denn hier überhaupt? Na. War klar. War klar. Hätt' ich mitrechnen müssen. So, weck mich. Ach, jetzt sind nur vier Mobilpuls. Ich dachte, es werden fünf. Dankeschön. Au. Volle Kanne gegengetotzt. Nein! Aber, guck mal, da sind doch... So, Nummer zwei. Komm! Ich bin fein, überraschen! Dankeschön. Äh, da hinsichtlich auch schon das dritte Kalon. Und das A seh' ich auch schon. Und das T auch. Pfff! Weh! Ach, guck mal, das war's eh schon. Können wir schon mal's Gäh machen. Und's Gäh haben. Ah, und du hast echt ne Lenko wie ein Truck. Ein Truck. Truck. Tick, Tick, Tick und Truck. Ah, ich glaub es nicht! Boah, da krieg ich warm Ohren. Nicht. Einsatz warm Ohren. Dankeschön. Meine Herren. Hallo, zwölf Jahre gedauert. Macht er einen verkackten Move. Er kriegt er nicht hin. Jetzt kriegt er die Kurve nicht hin und fällt in die Pipe. Haha. War knapp. Fick dich. Ja, ja, ja. Ist okay. Klappgeschmeidig. Stopp. Okay. Gut, haben wir das schon mal? Wenn wir jetzt noch ein letztes Klo finden, bin ich auch sehr dankbar. Ist das versteckt? Da müssen wir auch ein bisschen mehr Fokus, muss ich sagen, auf das Skate gelegt. Was hier vorstellen. Haha. Ich bin durch. Zack. So. Äh. Entschuldigung. War keine Absicht. Warum ist da eine Ziege drin? Dapp, 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 dapp. Easter Egg, glaube ich, weil das gab's auch schon bei, ähm, American Wasteland. Da würde ich mal kurz gucken, wo das geheime, ähm, Gerät ist. Wir haben keinen Rang geholt. Das ist echt traurig. Ziehen wir mal versuchen. Zack, 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 zack. Okay. Oder auch nicht, bin mir noch nicht ganz sicher, um ehrlich zu sein, ob ich darüber so glücklich bin. Das ist leider die falsche... Das war die richtige Richtung. Wow. Okay. Dann halt nochmal, würde ich sagen, ne? Ah, okay. Man muss aber schon auch auf die was hat, Gabel springen. Nein! Ah, das kriegst du doch hin. Verflucht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es da irgendwie einen guten Spot, äh, eine gute Seite für gibt, dass mir die ganzen kleinen Spots, wo ich mir die rausholen kann. Das ist hinterher noch lustig. Wir finden auch echt, echt viele. BIDAS Ende. Was war das denn? Nix da. Und hier ist nix. Oh, traurig. Wui. Na gut, komm. Raums. Gut. Wir können den Lauf beenden, weil jetzt haben wir eigentlich alle Tricks geschafft. Und zwar nicht in einem Lauf. Und nein, das werde ich auch nicht tun. Wobei, hier könnte ich das vielleicht sogar noch schaffen, aber... Nee, lass mal. Ist schon gut so. Gut, okay. Das heißt, ähm... Hier haben wir auch noch immer noch ein bisschen trotzdem was zu tun. Manual an der Klippe zum Beispiel. Wegpunkt setzen. Oh, wir sind sogar richtig. Äh, ich muss jetzt irgendwie wieder da hoch. Wie sieht's so aus. Such mal. Nee, geht leider nicht so einfach. Ach, guck. Huh. War ich hier schon mal? Nee, ne? Ich glaube, hier war ich noch nie. Ach, das ist die. Hehehehe. Ich hole mal anlaufen, ne? Ich glaube, das brauche ich auch. Hui. Hat leider nicht funktioniert. Ah. Danke. Danke, liebe Leitplanke. Ich hätte soweit noch mal fahren müssen, ne? Okay. Hui. Hui. Und los geht's. Hui. Äh. Immerhin schon mal. Ahaha. Okay, wir haben's geschafft. Sechster sind wir. Sauber. Guck mal. So super. Haben wir endlich mal was geschafft. Nein, nicht Gaps ansehen. Ziele ansehen. Ähm. Nee, die Vorstadt nicht. Da war alles auf krank. Das ist so krank. So sieht das gut aus, ne? Schön alles auf Profi. Skattepark. Oh, da sind noch einige, ne? Heiliger Bim Bam. Ähm. Hier geht's zurück. Das ist wieder eine Line, die ich jetzt fahren muss. Oder? Toni, bist du das? Was ist denn mit dir? Ach, Wettbewerb ist das wieder. Hey, you're back. Good to see you again. Man, this crowd is hyped on good skating and you gotta keep them fired up. It's a freestyle throwdown and this place has all kinds of terrain to show your best moves. So jump in and get it done. Okay, das ist wieder so ne Scheiße. 700.000 Punkte für Kranke. Ich bleib bei 350.000. Besser ist das. So sollte das eigentlich bei jedem Trick machen, dass man sich erst mal so qualifizieren müsste. Dann hätte ich mir wahrscheinlich auch dreimal überlegt, ob ich den Scheiß mache oder nicht. Irgendwo hat mir auch jemand einen Kommentar geschrieben von mir gesagt, wenn du wüsstest, dass du da drei Millionen Punkte brauchst, Dennis, ne? Da hättest du dich wahrscheinlich richtig gefreut. Drei Millionen Punkte. Es gab Spiele, da hab ich nicht mal so viele Punkte geholt. Und zwar komplette, das Spiel durch Läufe. Zum Beispiel Tony Hawk 1. Okay, das ist jetzt aber schon ein bisschen arm, muss ich sagen. Weil die Punkte sind jetzt nicht sonderlich fehl, ich geholt hab. Oh, Scheiße. Ich brauch noch ein bisschen was. Ich bin auf die Schnauze geflogen, oder? War das noch Profi? Oder war das... Nein, 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 nein. Das seh ich nicht ein. Das seh ich nicht ein. Das ist zu wenig einfach. Ich will die Sequenz nicht nochmal sehen. Ich weiß doch, was ich holen muss. Das war aber schon ziemlich schlecht von mir, ne? Wow. Ich weiß nicht, woran es lag, um ehrlich zu sein. Bitte? Ich hab keine Richtung gedrückt. Ich hab's auf hier gedrückt, aber keine Richtung. Bewusst nicht. So, zack.